Ja, zuerst möchte ich mich natürlich bedanken bei der Nationalmannschaft, dass ich so ein Angebot bekommen habe. Es ist klar, dass ihm diese Sache nahe geht, und vielleicht aus sportlicher Sicht, wie Sie bereits gewesen haben in den Zusammenhang mit Kevin, dass ich mich nicht mehr so ein Angebot bekommen habe.